Meine Lieben, ich habe mich heute ganz schön warm angezogen. Ja, es wird schon kalt bei uns und zwar, wir hatten sicher schon einmal Froscht. Ich weiß nicht, heute Nacht kann es vielleicht sogar auch ganz schön nah an Frost gewesen sein. Und ja, ich glaube, der Herbst ist auf alle Fälle hier und der Winter ist auch schon auf dem Weg. Ja, diese tolle Zeit mit gemäßigten Temperaturen sind hier sehr wenige. Ich möchte heute mal wieder über diese falschen Lehrer sprechen. Ich weiß, ja, ich möchte nicht, wenn ihr mein letztes Video angeschaut habt, und ich hoffe es, glaube ich, da habe ich schon darüber geredet, dass wir wirklich lernen müssen, oder soll ich sagen, dass wir den Heiligen Geist haben müssen. Wir müssen wirklich beten, dass der Heilige Geist uns Richtung zeigt und uns in der Wahrheit leitet. Ich habe ja schon so oft Römer 2 gelesen, nee, Römer 12 gelesen. Und ja, ich weiß nicht, also ich denke schon, dass ihr Römer 12 kennt, weil ich es ja so oft schon gelesen habe. Wir sollen unseren Körper hingeben als ein lebendiges Opfer. Und das ist unser wirklicher Gottesdienst. Und warum ein lebendiges Opfer? Weil wir uns, unsere alte Natur, ändern müssen. Wir müssen das nicht tun. Wir müssen unsere alte Natur ändern lassen. Ich habe ja schon öfter mal geredet, eben über diese fleischliche Natur. Und ihr könnt das bei den Briefen von Paulus finden. Ihr müsst halt nur mal Paulus lesen. Paulus redet von einer fleischlichen Natur. Und das ist die Natur, die wir bekommen haben, als wir geboren wurden. Und diese fleischliche Natur, wir können das auch im Römer finden, ist beeinflusst von der Sünde, von der Gefallenheit der Menschheit. Jeder Mensch hat von Geburt auf, ist er sündig. Na gut, wir sind immer alle sündig. Aber er hat auch diese Charakteren einer gefallenen Menschheit. Die wir von unseren Ur-Ur-Uranen, Adam und Eva, bekommen haben. Weil sie gestorben sind, weil sie abgefallen sind, haben wir auch diese Natur bekommen. Wir sind nicht geboren, frei von was weiß ich was. Nein. Wir haben die Natur bekommen von unseren Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Eltern. Adam und Eva. Und sie haben gesündigt, sie haben rebelliert gegen Gott und haben so eine falsche oder vielleicht ist halt auch irgendwas dann schief gegangen an der DNA. Ich habe darüber schon mal geredet. Ja, sie haben ja von dieser Frucht gegessen. Es war kein Apfel, sondern eine Frucht. Und in der Bibel ist ja sehr viel symbolisch. War es wirklich eine Frucht oder was für eine Frucht war es? Was ist passiert damals, vor 6.000 Jahren? Dass die Menschheit halt von Gott abgefallen ist. Na gut, sie haben die Entscheidung getroffen. Aber zusätzlich ist auch etwas noch passiert. Sie haben von dieser Frucht gegessen. Wie gesagt, diese Frucht, das ist ganz bestimmt, war das irgendwas anderes. Und viele Leute raten dann herum, was es vielleicht sein könnte. Gut, man kann vielleicht zum Beispiel auch herumraten, dass es vielleicht eine genetische Manipulation war. Wiederum von wem? Von Satan. Dass er dadurch eine genetische Manipulation gemacht hat. Ja, das ist alles möglich. Frucht, der Same, Ei, der Frau, keine Ahnung. Und wir wissen ja, dass Satan schon von Anfang an gegen die Menschheit war und versucht hat, die Menschheit zu zerstören. Und ja gut, er hat dann gesagt, so halt Eva, ja, vielleicht hat Gott nichts Schlimmes mit euch vor, wenn ihr von dieser Frucht, von diesem Baum isst. Ja, wisst ihr, da waren zwei Bäume im, natürlich ganz bestimmt, nicht zwei, aber zwei ganz bestimmte Bäume im Paradies. Und der eine Baum war eben der Baum der Erkenntnis des Gut und Bösen. Und da sollte sie keine Frucht davon essen. Und dann ist da ein Baum gewesen, eben des Lebens. Und sie konnten von dem Baum des Lebens essen und sind deswegen halt, was weiß ich, wie alt geworden. Sie starben nicht. Aber von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Bösen sollten sie nicht essen, weil sie dann sterben sollten. Und natürlich hat die Schlange gesagt, ja, stimmt das wirklich? Hat Gott das wirklich gemeint? Und ja, Eva hat die Frucht genommen, hat Adam gegeben, also dem Mann. Und beide haben davon gegessen. Und ja, und da haben sie halt diese, da ging halt diese Veränderung vor sich. Ja, das heißt, der Mensch vor dem Sündenfall war anders. Er war anders. Nach dem Sündenfall wurden sie sehr, soll ich sagen, menschlich, egoistisch, selbstsüchtig. Und vor dem Sündenfall waren sie mehr wie Gott, wie Jesus. Gott gleich. Sie sind ja im Ebenbild Gottes geschaffen. Aber wenn, als sie gesündigt haben, als sie gefallen sind, ja, hat sich da was geändert. Das heißt, nun haben sie eine fleischliche Natur bekommen. Viele denken sogar, dass Adam und Eva vor dem Sündenfall gar nicht in dieser Welt war. Dass sie in einer ganz anderen Welt waren. Dass sie erst dann in diese dreidimensionale Welt geschmissen wurden. Wir wissen es nicht, weil wir können es vielleicht ahnen oder was weiß ich was. Die Bibel sagt da nichts darüber. Die Bibel sagt nur, dass Gott aus der Erde diesen ersten Menschen geschaffen hat. Der übrigens nicht Mann war, sondern Mann und Frau. Und dann die beiden hat er geteilt. Und am ersten Menschen, dem Kombinationsmenschen, hat er Gottes Odem hineingeblasen. Beiden hat sie dann geteilt. Dadurch wurden sie halt gottähnlich. Aber durch den Sündenfall, da hat sich da viel geändert. Im Charakter der Menschen. Sie haben nun auch, ja, göttlich, oder sind schon in der göttlichen Natur, aber, ja, wie gesagt, auch andere Natur hat sich da reingemischt. Und so müssen wir nun, wenn wir Jesus Christus annehmen und den Heiligen Geist haben, diese alte Natur ändern lassen. Davon redet halt Römer. Und wenn wir das nicht zulassen, dann haben wir nicht Gottes Geist und wir können auch die Wahrheit nicht sehen. Und darauf wollte ich ja hin. Aber ich wollte das erklären. Wir können Gottes Wahrheit nicht erkennen, wenn wir nicht von Neuem geboren sind. Und das ist halt diese neue Geburt. Diese Umwandlung. Ich lese nochmal Römer 12, weil es halt so wichtig ist. Ich ermahne euch, nun ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt, als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Das sei euer, das sei euer, vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Das heißt, wir sollen uns, wir sollen da nicht mitschwimmen, mit der Welt. was die Welt tut. Und ihr könnt euch selber überlegen, was die Welt tut. Sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eurer Sinne oder eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. das heißt, die Wahrheit. Das heißt, die Wahrheit. Was ist der Wille Gottes und was ist die Wahrheit? Und wenn wir uns nicht umwandeln lassen, werden wir diese Wahrheit nicht erkennen. Da können wir noch so viel schreien, wir sind gerettet. Das sage ich immer wieder und immer wieder in meinen Videos. Viele sagen, ja, dann sag uns mal, wie wir leben sollen. Dann sage ich euch, schaut euch bitte oder liest bitte die Bibel. Ja? Die Bibel wird euch sagen, wie ihr wandeln sollt. Hier ist ein Beispiel. Gebt euch hin als Opfer. Lasst den Heiligen Geist euch ändern, eure Gesinnung ändern. Das passiert langsam. Das ist auf einmal, bang, und dann ist es fertig. Und das ist schon gar nicht in eurem Willen. Das müsst ihr euch auch merken. In eurem Willen passiert das nicht. Was ihr euch vorstellt, nein. So werdet ihr nicht geändert. Ihr bekommt eine neue Gesinnung, die anders ist. Eure Ziele werden anders werden, eure Wünsche werden anders werden. Ihr werdet andere Dinge nachfolgen. Aber ihr werdet dann den Willen Gottes erkennen. Genau das hat nämlich Jesus gesagt, wenn ihr neu geboren werdet. So wird man neu geboren. Durch den Heiligen Geist. Und es ist nicht auf einmal, ja, ich habe jetzt Jesus angenommen, jetzt bekomme ich den Heiligen Geist, jetzt ist alles okay. Nein. Es ist eine Umwandlung. Und ihr müsst dieser Umwandlung zustimmen. Diese Umwandlung passiert nicht automatisch oder gegen euren Willen. Das heißt, ihr müsst daran arbeiten. Ihr müsst absichtlich euch hingeben, jeden Tag als lebendiges Opfer und jeden Tag ein Stück weiß sterben. Und dann kann der Heilige Geist euch die Wahrheit zeigen. Ihr müsst beten, jeden Tag, dass er euch die Wahrheit zeigt und dass er euch in der Wahrheit leitet. Und wenn er euch in der Wahrheit leitet, dann müsst ihr auch den anderen die Wahrheit erkennen oder nicht. Ihr müsst erkennen, wer nun falsche Lehre predigt. Und das ist sehr, sehr wichtig. Warum? Weil wir heute die meisten Gemeinden haben, die falsch gehen. Ja, sie predigen oder nicht predigen, aber sie lesen die Bibel und dann legen sie sie falsch aus. Warum? Weil sie nicht den Heiligen Geist haben. Ja, natürlich, ihr könnt jetzt wieder schreien oder viele schreien, ja, wir können ja nicht diese Leute richten. Wir wissen das ja gar nicht, nur Gott weiß es. Leute, ihr müsst es wissen, wenn ihr es nicht wisst, dann habt ihr auch nicht den Heiligen Geist. Das ist das große Problem. Natürlich schreien die Leute, die den Heiligen Geist nicht haben, immer dann. Ja, wir können diese Leute nicht richten. Aber Leute, wir müssen sie nicht unbedingt jetzt richten, indem wir sie verdammen, ja, richten im Sinne, dass wir erkennen, haben sie den Heiligen Geist oder lehren sie falsche Lehre. Weil es ist eindeutig, wenn wir diesen Leuten nachlaufen, werden sie euch verführen. Weil sie 95% Bibel lesen oder sagen, sie predigen die Bibel und der Rest, aber tun sie es falsch auslegen. Ich hatte wieder jemanden und darauf will ich heute eingehen, aber das war wichtig, diese Einführung ist wichtig, ganz, ganz wichtig. Leute, dass ihr erkennt, dass wir den Heiligen Geist brauchen, um die Wahrheit zu sehen. Und wer das nicht tun will, hat den Heiligen Geist auch nicht. Ich bin ganz gewiss, meine Lieben, dass wenn ihr neu im Glauben seid, da habt ihr noch nicht so viel Heiliger Geist. Das heißt, der Heilige Geist öffnet unsere Augen nur so weit wir uns vertrauen kann. Wie wir uns umgewandelt haben und eben schon gezeigt haben, dass wir gewillt sind, Gott nachzufolgen, Jesus nachzufolgen. Er schmeißt seine Perlen nicht vor Schweine. Das heißt, Leute müssen wirklich, die Wahrheit verdienen, verdienen vielleicht. Wie gesagt, es hat mit Vertrauen zu tun. Und dann können wir auch den Leuten zuhören und sagen, da kann doch was nicht stimmen. Und Leute, wenn sie in irgendeinem Punkt falsch gehen, na gut, in mehreren Punkten, dann muss ich halt auch mal sagen, da kann ich nicht mehr zuhören. Es hat mir wieder jemand ein Video vorgeschlagen. Und ihr wisst ganz genau, dass ich nicht gerne Videos anhöre. Und vielleicht ist es auch deswegen, weil ich dann sehr verärgert werde, wenn ich diese Video anschaue, weil viele von diesen Videos sehr viele Leute anziehen. Sie haben sehr viele Leute, die eben diesen Leuten nachlaufen. Sehr viele Nachfolger. und es macht mich dann wirklich ärgerlich, weil ich ganz genau weiß, dass die Menschen verführt werden. Ja, ich habe wirklich ein Herz für Menschen. Gott hat mich berufen, vielleicht genau deswegen, weil ich halt für Menschen fühle, ein Herz für Menschen habe. Und vielleicht habe ich halt auch eben diesen Geist Gottes, der genauso für jede, für jeden Menschen trauert, die verloren geht. Gott trauert um jeden Menschen, der verloren geht. Ja, das weiß ich, weil ich habe das in mir, ich spüre das. Diese Trauer und ganz besonders eine Trauer und da kommt dann eben auch noch Wut dazu, wenn es halt Menschen gibt, die andere verführen. Klar, viele dieser Menschen haben keine Ahnung, dass sie das tun. Ja, sie denken wirklich, meine lieben, dass sie den rechten Weg gehen. Ich weiß es nicht, aber ich stelle mir das vor, dass ein Mensch vielleicht das doch nicht absichtlich macht. Ich weiß es nicht. Was denkt ihr? Was für Erfahrungen habt ihr da gemacht mit solchen Lehrern? Und eine dieser Lehrer, ja, ich weiß nicht, ob ich, na gut, sagen soll oder nicht. Aber ich finde schon, dass ich sagen sollte. Weil diese Person hat mir dieses Video vorgeschlagen. Und dann sollte ich normalerweise auch sagen, was das Video war. Und zwar kam dieses Video von der ICF München. Und ich glaube, der Pastor hat gepredigt. Und ich habe schon mal von der ICF Zürich einen Kommentar abgegeben, weil sie da diesen messianischen Juden eingeladen haben, der natürlich sehr zionistisch war. Und darüber habe ich schon geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich die Kirche benannt habe, aber nicht. Vielleicht nicht. Ich will das eigentlich nicht, aber weil ich halt dann immer wieder sehe, dass Leute doch diese Videos finden. Ja gut, weil sie halt sehr viele Anhänger haben, Nachfolger haben. Und ich sage nicht, dass diese Gemeinden Menschen gehören ja zu einem Bund an, nicht wirklich wollen auch die Pastoren Gott nachfolgen. Und sie denken, dass ihre Gemeinde gut ist und ja, aber wiederum muss ich dazu sagen, wenn ich grundlegende Dinge oder viele Dinge falsch predige, dann muss ich halt fragen, mich fragen, haben diese Leute den Heiligen Geist oder nicht? Ich kann natürlich die Bibel lesen ohne den Heiligen Geist. Ist doch ganz klar. Müsst ihr es wissen. Ich kann Bibelstille lesen, ich kann Bibelstille nicht, ich mache euch nun ihr Brüder angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich kann das lesen als Mensch mit meinem fleischlichen Charakter. Und zu bestimmten Punkt kann ich dann auch verstehen, was es vielleicht heißt. oder ich kann es auch auslegen. Das machen eben die meisten. Sie legen das dann auch, sie denken dann, das kann das und das und das heißen. Und so können sie es genauso mit allen anderen Dingen machen. Und dazu kommt noch, gerade besonders bei diesen Gelehrten, die zu diesen Seminaren gingen, sie sind Pastoren, sie sind was weiß ich was, Bibellehrer, was weiß ich was. Dazu kommt bei denen noch, dass sie ja gelernt haben, wie nennt man die, Kommentare zu benutzen. Wenn ich also nicht weiß, was etwas heißt, wie zum Beispiel Offenbarung oder jedes Buch, jeder Brief, dann lese ich einen Kommentar dazu. Dann habe ich also die Auslegung, von einem anderen Lehrer. Und so werden diese falschen Lehren weitergegeben. Ja. Und woher weiß man dann, was die Wahrheit ist? Ja, dann haben wir halt eine Vor- Eindrückung, Nach- Eindrückung und in der Mitte eine Eindrückung. Das heißt, wir haben dann verschiedene Theorien, was am Ende passieren kann. Aber Leute, es gibt nur eine. Es gibt nur eine Wahrheit. Und Leute, glaubt mir, es gibt nur eine Wahrheit in der Bibel. Es gibt keine Vor- Nach- und in der Mitte. Nein. Nein. eine. Nach der Entrückung ist die Nach- der Trübsalzeit ist die Entrückung. Nach, weil es die Bibel sagt. Matthäus 24, 29 sagt es. Nach den Trübsalen jener Tage wird die Sonne verdunkelt. Da passiert der Tag des Herrn. Es ist einfach, aber man kann sich ja auch verführen lassen. Ja. Und ich weiß, dass es sehr viele Pastoren gibt, die das tun. Und ich sage euch, die meisten tun das. Die meisten Gemeinden heutzutage tun das. Wenn ihr mir eine Gemeinde nennen könnt, die das nicht tut, dass sie nicht verführt sind, dass sie wirklich die Bibel lehren, dann sagt mir das bitte, ich will mal wirklich jemand kennenlernen. Aber ich weiß, dass es schwer ist, jemand zu finden, der sich rein an die Bibel hält. Schon, ich glaube, die Verbündnisse, die bringen sehr viel, ich glaube, Unheil vielleicht in die Gemeinden, obwohl es natürlich gut ist, ja, aber dadurch halten sich ja die Leute, die einzelnen Pastoren, immer an bestimmte Richtlinien, weil sie gehen ja zu Konferenzen und so weiter und so fort und da lernen sie bestimmte Richtlinien und dann laufen sie diesen Leuten nach. und diese Gemeinde, es ist ja nicht nur eine Gemeinde, sondern es ist ja ein Bund vieler, vieler, vieler Gemeinden, ja, die predigen Zionismus. Zionismus ist dann Dispensionalismus. Und da kann natürlich dann auch wieder sein, dass sie anfangen, die Entrückung herauszuschmeißen, einige von den Leuten, ja, sie sagen, die Entrückung existiert nicht, aber sie behalten dann alles andere vom Dispensionalismus bei. Wie zum Beispiel Zionismus. Zionismus ist ein riesengroßer Teil von Dispensionalismus. Ein riesengroßer Teil. Warum? Weil ja viele Punkte vom Dispensionalismus das benutzen, wie zum Beispiel sieben Jahre Trübsal Zeit ist ja die sieben Jahre für die Juden. Das heißt, die letzte Woche von Daniel 70. Woche, die noch nicht erfüllt ist für die Juden. Das heißt, ist die Zeit, wo die Juden nochmal eine Chance bekommen, Jesus anzunehmen. Und da sollen sie ja wieder ihren Tempel bauen und alles, was um den Tempel herum geht, ja, das ist ja alles wichtig, ja, diesen Tempel, alles um den Tempel herum, ja, dieser rote, das rote Kalb da und was weiß ich was und die ganzen Opferungen wieder anfangen, ja, aber Leute, damit verführen wir die Juden. Wir lügen damit die Juden an und sagen ihnen, sie können sich darauf verlassen, wenn sie sich aber nicht darauf verlassen sollten. Wir müssen predigen, wir müssen, wenn wir was predigen, nicht die Juden unterstützen in ihrem falschen Anbeten, an ihren falschen Religionen, sondern wir müssen die Juden erreichen und sagen, hallo, ihr müsst den neuen Bund annehmen. Den neuen Bund, Jeremia 31, 31, Daniel, den neuen Bund, Daniel 9. Nur so können wir auch die Juden erreichen. Und meine Lieben, sie werden nicht anders erreicht. auch wenn sie Jesus dann zu Jesus kommen, kommen sie zu Jesus. Sie müssen zu Jesus kommen. Nicht durch ihre Tempel oder ihre Opferungen. Nein, sie kommen zu Jesus, weil sie sagen, das Alte ist vorbei. Und wenn wir das den Juden nicht zeigen, wenn wir ständig immer wieder und immer wieder sie in diesen Lügen halten, sind wir ja selber verantwortlich, sind ja verantwortlich, dass die Juden nicht gerettet werden. Und wir lassen sie ja in diesem Glauben. Es ist schon genügend Leute da, die sie in diesem Glauben lassen wollen. Glaub mir das. Satan möchte sie in diesem Glauben lassen. Satan ist der Haupt Träger und Initiator von diesem ganzen Zionismus. Damit die Juden ja nicht zum Glauben kommen. Er hat sie ja schon tausendelang verführt, und meint ihr, er möchte jetzt diese Juden aufgeben? Ich weiß, viele sagen, naja, am Ende kommen sie dann, am Ende? Und was ist mit den ganzen Juden, die verloren sind? Klar, irgendwann mal, ganz am Ende, wenn alles zerstört ist in Jerusalem, ja, nachdem sie endlich mal die zwei Zeugen umgebracht haben, der Tempel ist dann zerstört, wenn es überhaupt einen Tempel gibt, ja, wenn es überhaupt einen gibt, ich denke, wenn die anfangen, einen Stein zu setzen, dann wird sie Gott wieder zerstören. Wo sollen sie den Stein denn setzen? Auf dem Tempelberg, der auch falsch ist? Tempelberg existiert ja gar nicht, das ist ja Fort Antonia. Leute, ich habe wirklich ab und zu mal Leute, neue Leute, und ja, die kommen immer mit diesen Dingen, die ich jetzt schon jahrelang euch erzähle, die falsch sind. Ah, der Tempelberg und was denke ich darüber, dass die jetzt da drüben kämpfen? Ja gut, sie kämpfen, aber sie werden auch umkommen deswegen. sie haben kein Recht. Der Einzige, der das Land in Besitz nehmen kann, ist Jesus Christus mit seiner Braut. Und die Einzigen, Jesus, er ist der Nachkomme, der wahre Nachkomme von David. Er ist der wahre König der Juden oder nicht nur der Juden, sondern der Israeliten und er kann nur das Land in Besitz nehmen, weil alle anderen es verloren haben. Und wenn sie nicht Jesus nachfolgen, haben sie kein Recht, aber gar kein Recht auf das Land. Und dieser Mensch und dieser Gemeinde, die ich ja schon genannt habe, ich werde es nur einmal benennen, Pastor und dieser Gemeinde hat keine Ahnung. Und warum hat er keine Ahnung? Warum? Er liest die Bibel. Er hat die Bibel gelesen. Und was hat er dann angefangen? Mit was hat er angefangen? Mit Hesikiel 38. Mit diesem Gog und Magog Krieg. Da hat er angefangen. Lasst mich wissen, ob ihr auch da noch nicht oder ob ihr auch noch etwas durcheinander seid mit diesem Gog und Magog Krieg. Hesikiel 38. Ja, ja, da, ne, Jesus, oder, oder, Gott wird seine Feinde zerschlagen. während diesem Gog und Magog Krieg. Ja, und das sind ja die, die aus Russland da oben kommen, ne, diese Leute, die werden ja dann eingreifen, ist ja eindeutig, wird das so kommen, und, aber Gott wird sein Volk schützen. Welch, was, 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 ein Volk? Volk? Lieben, was für ein Volk? Gottes Volk sind diejenigen, die Gott folgen. Das ist Gottes Volk. Die Juden folgen Gott nicht. Wie soll er sie dann schützen? Aber schaut euch mein letztes Video an. Ich habe auch noch ganz viele gemacht über Israel. Ich glaube sogar, dass ich ein Playlist habe. Seid vorsichtig, meine Lieben, mit diesen falschen Lehren. Seid vorsichtig. Sie haben die Leute, die die Schabe verführt bis zum Geht nie mehr. Und die meisten Gemeinden, ich will wirklich, lasst mir das wissen, wenn ihr in einer Gemeinde seid, lasst mich das wissen, was eure Gemeinde predigt, in Hinsicht von Zionismus, von den Juden. Ich habe nichts gegen Juden, auf gar keinen Fall. Nein, weil die Juden selbst sind ja genauso verführt. Das ist ja das Schlimme dabei. Da schreien sie nie wieder, wegen diesem Holen Kost, nie wieder, aber sie selber wachen nicht auf. Sie sind genauso verführt zur Zeit. Sie werden benutzt für Kriegsdienst Frauen und Männer, um andere Leute umzubringen, um sich selber umzubringen und sie merken noch nicht mal, dass sie jemand benutzt für ihre Drecksarbeit und ich finde, das ist sehr schlimm. Ich habe am Anfang gesagt, ich fühle für Menschen und Juden sind für mich genauso Menschen wie alle anderen und ich möchte, dass sie genauso gerettet werden und nicht verloren gehen. Und ich komme zum Ende nun. Leute, lasst den Heiligen Geist euch immer leiten.